Meine Jungen, meine Kinder, Jungs schlagen sich immer. Was soll ich tun? Einmal Dua machen, dass Allah sie recht leitet und zu guten Leuten macht. Und versuchen, dass der Vater oder auch die Mutter etwas härter durchgreift und versucht, etwas mehr in die Erziehung zu investieren. Also nicht Geld, sondern Zeit und Kraft sozusagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017